Das war gut so. Und kriegst du nicht. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Komplatinzent an der... ...Bank verbindbar. Tja, ich habe mir das Knie aufgeschlagen. Ich schätze der Codex ist jetzt in Mahats Hand. Und dieser Ort wird vergraben werden wie am anderen auch. Ich weiß noch, dass ich meinem College Professor erzählte, dass ich Xenoarchäologie studieren wollte. Er lachte mich direkt aus. Da gibt's nichts zu studieren, sagte er. Das ist alles toter Raum. Im Universum gibt's keine Aliens. Irgendwie hat er recht. Jenseits unseres Systems gibt es kein Leben. Nur eine Spur der Vernichtung. Beigeführt von den Monden. Und jetzt klopfen sie an unsere Tür. Ja. Über uns befindet sich das Mittel, die Maschine abzuschalten. Aber auch das Mittel, sie zu vermeiden. Faltet man sie ab, ist das das Ende unserer Spezies. Vervollständigt man sie, sind wir gerettet. Ich hatte gehofft, dass ich die Rettung miterleben würde. Was für ein Spektakel wäre es gewesen mit anzusehen, wie der Mond in den Planeten gesogen und dann vermalmt wird. Ein letzter Akt der Einheimischen. Ein Opfer, um uns alle zu retten. Aber ich muss mich jetzt ausruhen. Tim wird bald mit dem Codex hier sein. 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 Das kommt irgendwann noch. Das ist ja ein paar besseres Left von Dead habe ich gehört. Ab nach oben. Warte. Geht das? Ja. Da sind so Laser. I notice. Runter. Ah. Fuck. Alter. Hä? Ich will es gar nicht probieren. Das zählt nicht. Jetzt aber. Schnell. Oh, oh no, no. Gameplay war so meh. Es gibt viele Gameplays, die einfach meh sind. Wegen Alpha. Ich mein, schau dir mal links an, äh, Seven Days to Die. Das war ja übelst. Warte, ich mach zu. Ähm. Parkt das auch bei dir so ein bisschen? Ja. Aua. Mann. Oh ne. Bye. Das wird jetzt wehtun. Ach. Fuck. So ganz schnell die Seiten wechseln mit Schiff. Äh, das haben wir das Spiel aber nicht gesagt, ne? Ich glaube ganz viel am Anfang. Ist das ganz am Anfang nur gesagt, ja. Bist oben. Flutsch. So, ich ist auch. Ich hab keine Heilung mehr. Ich hab nur noch ein großes Midi-Kit. Da waren wir jetzt auch nicht die beste Irrs, was wir gemacht haben da. Oh, ich bedanke mich schon, okay. Boah, übelst du was? Hey, now? Spooky. Isaac, tu's nicht. Hör nicht auf ihn. Geben Sie mir den Codex, dann kriegen Sie sie zurück. Nein. Isaac, du weißt, dass auf dem Spiel steht. Jetzt raten wir alle mal durch, okay? Danny, geben Sie mir den Codex. oder ich töte Sie. Nein! Isaac, was tun Sie da? Sie haben eine zweite Chance. Wenn er die Maschine abschaltet, sind wir alle tot. Sie, wir, alle. Lassen Sie die Finsternis nicht zu, Isaac. Mehr als einen richtigen Weg. Nein! in diesem Weg wir so sagen. Ich habe es endlich geschafft. Mensch! Nein! Mit der Neustelle! Da ist Wien. Wir wollen es, Junge. Das ist ein Zeug. Wir wollen es um. Und wir machen es. Es dauern sich. Ich bin der Marker-Killer. Ich bin der Marker-Killer. Ich bin der Marker-Killer. Ich bin der Marker-Killer. Jetzt müssen wir genau das ausbügeln, was Standing angerichtet hat. Also der Mond fängt es an zu saugen, oder wie? Ja. Er will sich mit dem Planeten vereinen, damit die Konvergenz komplett ist. So wie es im ersten und im zweiten Teil war. Wir haben es nicht mehr Komovs gemacht. Oh no. Ich mach ihm mal Speedrun. Komm mal, ich kann Bob hier absetzen. Nein, Bob kannst du nicht hier absetzen. Nein! Nein! Oh nein! Oh, wie die Kids! Ich mach den Weg frei! Habe ich denn das Gesicht? Ich kann geilerweise stunnen. Ich hab den ganzen Gesicht weggeschossen. Ja, GG. Ich grüß dich mal. Ich komm mit. Fuß. Und da. Ja, Mann. Oh, fass auf die Steine! Das sah voll auskappeln, wenn wir jetzt was wieder reingeknallt. So? Den Stein meint ihr und nicht das metallische Ding. Ich kann nicht so viel. Wir kommen so gut voran. Summe nicht so gut auskappeln. Du bist so gut. Achtung, kommt das weg? Das ist so gut. Weil du hier in der Barsch. Das ist ein Barsch. Das war schon weit weg. Wir sind jetzt an der Oberfläche wieder, oder? Warte, wie der mit Assi. Hallo, hier ist ein gestrandetes Schiff. Oder so. Oh, geil, schock ich. Moni. Ähm, schau mal hinter uns. Ich will da lieber nicht rein. Ich möchte hier nicht rein. Wo? Was ein Zufall wie das fällt. Hä? Was? Was ein Zufall wie das fällt. Was war das? Wie lang? Oh, ich habe ihn heute lange nicht mehr gesehen. Ist Kompeton unter einem? Ich kann schon nicht aufhaben, hier mit dem vollen Mund rede, das bitte nicht anspuchen. Und ich kann mich nicht bewegen. Ich glaube, hier können wir uns zum letzten Mal aufwerten. Ich werde noch ein bisschen Munition und ein bisschen Leben einpacken. Ich werde nur Lebende Munition mitnehmen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich habe, glaube ich, viel zu viel eine Heilung mit. Und noch kurz einen Anzug. Ja, dann gucken wir mal, was du abwägen kannst noch zum Schluss. Weil du wirst es wahrscheinlich brauchen. Ja, mir fehlt ein Halbleiter. Ein Halbleiter? Ja. Wie viel genau? Nach Halbleiter habe ich alles voll. Warte mal eben. 244 Filme. Wandler. Ja. Nur Halbleiter, ne? Scheiße. Ja. 244 Filme. Scheiße. Ich kann nicht übermitteln, ey. Lego. Der Blue Moon. Aber ich habe zu viel von den Halbleitern. Alle, geht klar. Du, deine Helm sieht nicht so gut aus. Im Da... Meiner... Achtung. Holy shit. Hentai. Boah. Da kommt unsere Hintenschüssel. Nochmal die selbe Schose. Oh mein Gott, wo das kommt. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, das war's. Wir haben hier so komisch. Wir sollen das in Quillen. Dafür reicht nicht mal die Munition der gesamten Welt. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Um uns herum fliegen Marker. Wir können diese TK-Platte nehmen und sie als Waffe werfen. Ich kann mich mit den Marken schmeißen. Ich kann mich mit den Marken schmeißen. Wir brauchen einen Marker. Einfach bis auf das Gefahr, oder? Vorsicht! Das Kiel wirft Filsbrocken auf uns! Ja, ich stehe! Alter! Okay, die können wir nicht aufheben. Johann, der ist eine Tilghans. Ich kann mich mit den Marken. Ich kann mich nicht aufheben. Ich kann mich nicht aufheben. Ich kann mich mit den Marken kosten. Ich kann mich mit denen machen. Alter, meiner hat eine halbe Ewigkeit, bis sie da ist. Ja. Ich hab meinen verschossen aus Versehen. Du musst reinschießen. Lola, Raketenumschluss. Wah! Irgendwo mach' ich? Ja. Ne, sieht ja nicht so aus. Da kommen sie. So mache auf. Na dann. Der will uns wieder fressen. Das macht es schon wieder. Die Tentakel! Schießen Sie auf die Tentakel! Sieh's! Ich trau dich! Wo hat er sein nächstes Auge? Da kommt das Auge! Ja. Ich hab's rausgelassen. Stopp! Können wir rausziehen? Sie wird! Jetzt steh mit alle was ich gern! Stopp! Was war's dann? Wir benutzen den Codex? Ja. Also kein Scheiß mehr, wir... ...wären jetzt hier sterben. Dafür hat die Erde... ...wieder eine Zukunft. Es war eine Ehre mit dir. Dasselbe! Ja! 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 Isaac Isaac Bist du da? Come on Isaac Du bist tot nicht Das Marker-Signal Es ist auch weg Isaac Du hast es geschafft Du hast es tatsächlich geschafft Koordinaten der Erde bestätigt Schockantrieb hast du hier Ich bin bereit Das war's Werds Das war's Guck dir an was der für einen Schaden angerichtet hätte Mission success Jetzt hat man unser Ziel Ziel noch vor uns Das ist aber nicht so groß Hat es dir gefallen? Sehr ja Sehr schön Ich muss mir bei dir bedanken dass du dich auf der Freistellicht gemeldet hast Klar Nachdem ich den ersten und zweiten Tag durchgespielt hatte im Stream Ich dachte zwar es sei mehr hoho was ich vor bin dass es nicht ist Aber Ja da geht der leider durch den Kurvenmodus ein bisschen verloren Ich bin höher schlaf gut alle miteinander Jo Borat ich wünsch dir gute Nacht danke warst du da und Schlaf gut Angenehm nach Ruhe Ich hoffe wir müssen jetzt nicht unbedingt die Querdals komplett durchgucken Ich will das Spiel jetzt hier noch spielen. Quedets gehen immer viel zu lang. Bei Assassin's Creed Riders ist immer was ganz anderes, weil da konntest du dir in der Zwischenzeit noch einen Film anmachen, dann waren die immer noch nicht durch. Als ob. Ich bin mal Staffel 23 fertig, schau rein und sehe die Quedets rollen. Aber Toasty, wir spielen dann noch das DLC. Ich bin dann richtig zu zart aus. Nee, wir spielen noch das DLC eben. Aber das ist nicht so groß. Nicht so groß morgens um 4 Uhr. Nee, das ist tatsächlich nicht so groß. Ich glaube, wir sind eine Stunde. Aber tatsächlich, bei Quedets, da will ich die immer überspringen, weil es interessiert mich nicht wirklich, wer das an und dran gearbeitet hat. Es reicht wenigstens, dass jemand daran... Es interessiert mich zwar, dass da jemand dran gearbeitet hat, aber ich will nicht wissen, wer alles da mitgemacht hat. Immerhin ist die Quedets-Musik gut. Das stimmt. Das hat schon viel, viel, viel schlimmer. Da wird das mit Velleporn zu knapp. Da kann man nicht mal einen Toasty. Da sind wir auch ungültig mit Dead Space durch. Da kommt ein neuer Teil und dann muss man den ausspielen. Ich glaube, es kommt kein neuer Teil mehr von Dead Space. Ja, dann warte ich auf einen neuen Beispiel. Ach, alles gut. Aber wenn du dir dann das DLC ein bisschen reinziehen willst, Ausrufezeiten Multi, dann kannst du uns beiden gleich noch ein bisschen zugucken. Die E2, der Command gibt es auch bei mir. Kann man Clowns zuschauen. Ich muss noch EFT runterladen. Ui, er hat EFT geholt. Er hat mich passiv beeinflusst. Wir hatten erst noch einen dummen Trinkspruch am Freitag und sah Fäuste hoch. Nee, nie mehr EFT. Du bist ja nicht Spoiler. Alles gut. Oh mein Gott. Rigging Lied. Dui. Aber schön, dass wir das alles in dieser Alien-Schrift alles geschrieben haben. Ich habe in meinen Hideout geschaut. Und du hast dir da... Und du hast dir daraufhin EFT gekauft. Du hast mich passiv beeinflusst. Gibt es offen zu jetzt. Hä, passiv beeinflusst? Dich? Hä? Irgendwer? Hä? Er hat mich passiv zu EFT kaum beeinflusst. Passiert. Nichts habe ich. Ja, ja. Nur aktiv. Aha. Jetzt gehst du offen zu, dass es aktiv ist. Null. Ja, wir haben ja sehr viel Material noch, ne? Oh ja. Das wird ein bisschen dauern, bis ich das fertig habe alles. Die Quelle lasse ich auf jeden Fall draußen. Das juckt keinen, ey. Das wird mit dir richtig Spaß gemacht. Mhm. Gar nichts, nur zurückgeben. Schau mal in meinen Hideout. Kauf EFT. Man hat Quest, das da. Kauf EFT. Und schau mir hier, das gibt es auch. Kauf EFT. Nee, ich hätte ehrlich gesagt... Ich hatte ja EFT einmal in der Alpha gespielt. Aber da hat es mir nicht zugesagt. Jetzt, wo sich das ein bisschen geändert hat... Weil Herbis mir überlegt, ja. Aber, ähm... Hand werde ich immer noch weiterspielen. Hell, was ist Hand? Und mit Hand müssen... Muskeweite ganz einmal ein bisschen Pinne machen. Die Leute werden abspringen, wenn das weitergeht. Was? Weißt du was? What? Ich gehe mal kurz aufs Klo. Okay, in dir. In der Zwischenzeit... Jetzt aber wohl, hoffe ich dann vorbei. Hoffe sie auch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir lassen euch nicht ohne Grund hier leiden. Ne, wir leiden mit euch ohne Ende. Oh ja. Warum kann man die Dinger nicht überspringen? Der kann nicht einfach von richtig Köln überspringen, ja oder nein, du abbrechen. Oh Mann, ey. Wenn wieder da, Panzerskill, grüß dich. Ich grüße dich zum Stream. Leider ist Dead Space 3 vorbei, aber sei unbesorgt. Wir spielen gleich noch ein bisschen weiter, es kommt das DLC noch. Und keine Sorge, wir haben Credits für 10 Minuten. Ungewollt bestellt, die haben sich eingeladen. Harden Fart, what the fuck. Mir geht's super. Jetzt wieder diese geile Mucke. Ah, die Mucke geht wieder von vorne los. Nein. Mir geht's super. Mir geht's auf jeden Fall sehr super. Ich muss zwar morgen arbeiten, ich bin spät, aber dass ich heute eine Möckling spiele im Chor mit jemandem, dem ich sehr vertraue, ehrlich gesagt, durchspielen konnte, freut mich das. Ach, das werden noch Freunde gegrüßt und Familie. Mein darling Margo. Welches Ausruhzeichen? Einfach Ausruhzeichen Multi eingeben im Chat. Dann kannst du dich, ähm, kannst du uns beiden zugucken. Wir haben einen Multistream an. William at Nicholas. Hi. Oh mein Gott, es wird sogar noch dein NASA-Gedank. Oh mein Gott. Jockey. Ja. Wir haben's. Echt? Jetzt kommen sie noch mal. Oh, nicht schon vorne, nicht schon wieder. Ich hoffe, es kommen jetzt wieder noch Special Thanks. Wenigstens danke fürs Durchspielen. Special Thanks für die Credits. Es gibt wirklich ein Spiel. Danke, dass du die Credits hier angeguckt hast. Ellie. Ellie. Das ist so laut. Wir leben noch. Ellie. Und der tut der Elisa kleben. Doch ich bin wahrscheinlich abgenippelt durch Klebing-Warmstein.